Vor sich sehen Sie ein prozedurales Gelände, dem wir in diesem Video einmal eine Straße zufügen werden. In View kann man unter anderem eine Straße über eine Kurve, einer sogenannten Spline, erstellen und diese finden Sie in Ihrem Arbeitsbereich auf der linken Seite in der Leiste Ihrer Objekte. Und wenn Sie einmal das Kontextmenü öffnen, haben Sie die Wahl zwischen einer normalen Kurve oder einer Straße, wie wir sie jetzt benötigen. Der Tab Geometrie-Effekt ist im Kurveneditor immer vorhanden und enthält alle Einstellungen für Ihre Kurve an sich, also in diesem Falle für die Straße. Und wenn Sie eine Kurve einmal zum Beispiel nur auf dem Boden erstellen möchten, brauchen Sie den Tab Gelände-Effekt nicht und können diesen deaktivieren. Aber da wir ja in diesem Falle eine Straße dem Gelände hinzufügen möchten, aktiviere ich diese Möglichkeit wieder. Objekte, die sich in Ihrer Szene befinden und denen eine Kurve zugefügt werden kann, sehen Sie hier im rechten Bereich. Und sollten Sie einmal zum Beispiel mit mehreren Geländen arbeiten, weiß wie und nicht, welchem Gelände Sie nun diese Kurve zufügen möchten. Deswegen können Sie diese hier dann auswählen. Den linken Bereich lasse ich zunächst so eingestellt und verändere stattdessen mal die Einstellungen für unsere Straße an sich. Und zwar die Breite auf 1,5 Meter. Das Material lasse ich so wie es ist. Als Typ verwenden wir hier eine Straße. Sie können aber auch genauso gut ein Pflaster auswählen. Und über die Kurven geben Sie die Verlaufsart Ihrer Kurven vor. Mit Z-Deformation können Sie Kurven erstellen, die nach rechts, links, oben und unten gehen, aber immer horizontal ausgerichtet sind. Und über die Möglichkeit der Freiform können Sie ebenfalls Kurven erstellen, die nach rechts, links, oben und unten gehen, die sich aber der Form des darunterliegenden Objektes anpassen. Ich stelle diese Möglichkeit wieder auf Z-Deformation um. Und im Anschluss brauchen Sie eigentlich nur noch Ihre Kurve hinzufügen. Ich verschiebe mal das Fenster ein bisschen. Ich mache das Ganze am liebsten in der Draufsicht. Allerdings können Sie hier jeder Kameran sich dafür auswählen. Sie brauchen danach nur noch darauf zu achten, dass Sie auch die Möglichkeit ausgewählt haben, um Punkte zuzufügen und können im Anschluss mit einfachen Mausklicks Ihre Kurve auf dem Gelände platzieren. Das Ende einer Kurve beende ich immer mit einem doppelten linken Maustasten-Klick. Sie können Ihre Kurve aber auch abschließen oder von View abschließen lassen. Wenn ich das Fenster jetzt nochmal hier ein wenig verschiebe, sehen Sie hier bereits die Straße. Und ich möchte gerne, dass View den Weg nochmal neu findet. Vorhin ich gefragt werde, wie groß denn der Abstand zwischen zwei Punkten sein soll. Ich lasse den hier einfach mal auf 21.86 Meter stehen und bestätige mit OK. View berechnet das Ganze neu. Ich sage erstmal OK und übernehme diese Einstellung. Ich werde die Kamera mal ein bisschen anders einstellen. So ein bisschen mehr von der Straße sehen. OK. Und Sie sehen hier die Straße und auch den Geländeeffekt. Auch den Geländeeffekt können Sie im Kurveneditor noch verändern. Diesen können Sie auch breiter einstellen. Amplitude ist für die Höhe vorgesehen. Wenn Sie das Ganze anheben möchten. Sie sehen da hinten diese Erhebungen. Das möchte ich in diesem Falle nicht benutzen. Und welche Form dieser Effekt haben soll. Was dafür sorgt, dass das Ganze so abgerundet wird. Auch die Straße können Sie noch ein bisschen weiter einstellen. Zum einen können Sie die Höhe verändern. Ob die Straße flach auf diesem Geländeeffekt liegt. Oder ob das eine sehr hohe Straße ist. Dann erscheint hier so eine Thermauer. Nehme ich wieder weg. Und Sie können einen Versatz einstellen für die Z-Achse, also die Höhe. Womit Sie die Straße von der eigentlichen Kurve abheben. Dann haben Sie eine fliegende Straße. Hier unten haben Sie den Geländeeffekt. Und hier oben haben Sie dann Ihre Straße. Sie haben auch die Möglichkeit, Punkte, die Ihnen nicht gefallen, zum Beispiel wenn die Straße mal im Gelände verschwinden sollte, noch anzupassen. Dafür wählen Sie zunächst die Möglichkeit aus, um Ihre Punkte zu bearbeiten. und können diese dann hier auswählen und zum Beispiel verschieben, wenn Sie mögen. Und wenn Sie das Ganze nicht über diesen Kurveneditor durchführen möchten, sehen Sie Ihre Kurve auch im World Browser. Und auch hier können Sie die einzelnen Punkte auswählen und im Anschluss bearbeiten. Mit dem Zusatzmodul für Ecosysteme erhalten Sie im Kurveneditor einen weiteren Tab. und haben dann die Möglichkeit, zum Beispiel entweder diese Kurve zu bepflanzen, eine Bepflanzung etwas neben dieser Kurve durchzuführen oder aber bei einer geschlossenen Kurve den Innenbereich zu füllen. Sie haben jetzt also bei der Erstellung einer Straße auf einem Gelände über die Schulter geschaut. Dann marsch nation ud auf einenessa Ort und mit der swollenen Seite nach und die Schulter geschaut. Gut besteps und über die Schulter geschaut.